Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem YouTube-Kanal. Ja, also heute geht es darum, wie wir das Hühnerfutter machen. Wir kaufen kein Hühnerfutter, wir kaufen uns davon einzelne Körner, also Weizen. Das kann ich euch auch mal zeigen jetzt. Hier einmal Weizen, Gerste, Sojaschrot, das sieht man hier wahrscheinlich besser, und Mais. Dann kommt da noch eine Sache zu, hier, das ist so Kalk. Den tun wir noch da rein und dann schroten wir das alles hier mit. Da oben kommt das rein, dann läuft das hier durch, durch so ein Messer, die zeige ich jetzt auch mal. Ja, so sieht das halt da drin aus. Hier kommt das raus, läuft da runter, hier durchs Messer, durchs Sieb und dann da unten in den Eimer. Ja, also ich befülle das jetzt gleich, überall so eine Schaufel nacheinander von rein, dann stehe ich das an und dann ganz halt in der Reihenfolge, bis alles weg ist. Ja, ich werde auch teilweise zeigen, natürlich nicht alles. Jetzt geht's, ja. Jetzt geht's, ja. Spannungsgelade So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, der erste Eimer ist voll und den bringen wir jetzt dahin, wo wir alles Futter hin tun. Hier, ja hier in den Stall, in die große Tonne, hier gibt es auch ein Video, wo ich den ganzen Stall mal erkläre, hier mit den Tieren. Ja, da kippen wir das jetzt alles hier in die Tonne und dann ist die hinterher voll. Ja, also ich habe das jetzt wieder alles eingepackt, bisschen sauber gemacht mit Luft und Pinsel so ein bisschen. Das Futter habe ich in den Stall getan, dem Puten habe ich noch was gegeben. Ja, und dann war es das wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. So machen wir halt Hühnerfutter. Das war jetzt auch erstmal das letzte Video. Jetzt in den Sommerferien bin ich im Urlaub, da kommt dann erstmal keins. Ja, am besten Kanal abonnieren. Daumen hoch, Tipps oder Fragen einfach kommentieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.